Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nils Place. Und auch heute spiele ich wieder Desert Nightmare, wo wir uns das letzte Mal direkt in die Höhle des Löwen, in ein unterirdisches Kerkersystem der Stadt Dusty Creek begeben haben. Und dort geschah Folgendes. Oh mein Gott! Autsch. Sie haben mich ausgezogen und mit diesem weißen Sack ange... Wo bin ich? Ich bin schockiert. Autsch. Das ist Bobbed Wire. Aua, mit Stacheldraht ist aber ziemlich unfair, oder? Was planen sie mit mir zu tun? Wollen sie mit mir die gleiche Sache mit mir zu tun, als die Frau? Nein. Das kann nicht passieren. Jake, bitte hilf mir. Ah, es gibt tatsächlich Frauen an diesem Ort. Echte Frauen. Bitte lasst mich gehen. Ich habe nichts falsch gemacht. Die Frauen nie reden, offenbar nicht so viel. Na gut, das tun die Männer ja auch nicht. Ich bin in der Polizei. Ich bin in der Polizei. Ja, ich bin in der Polizei. Ja, ich bin in der Polizei. Ja, ich bin in der Polizei. Was sind wir warten? Zwei Frauen gibt es in der Stadt. Die alle Kinder zur Welt bringen, die in Dusty Creek... Darüber will ich nicht nachdenken. Darüber will ich nicht nachdenken. Nein. What are you doing to me? You can't do this. Shut your mouth. Oh, I'll cut off your tongue. Okay. Nur meine Hände sind gefesselt. Und dort hängen überall ein Messer rum. The pliers. They could. Gut, dass sie mir Möglichkeit geben, mich zu befreien. Bloody tools. Bloody tools. The crate is locked. What the fuck? Ouch. Tödliche Fall. Aua. Gute, dass ich gespeichert habe. Dieser Weg ist kein guter Weg. Alan? Are you in there, Alan? S-S-S-S-S-S-Sandra? Ja, es ist mir. Are you okay? Ja, aber ich bin auf. Sie haben mich gehalten, als ich dich schaue. Okay. Warum hast du nach mir gesucht? Das war ein dummer Plan. Diese Leute, sie sind wirklich verrückt. Diese Runde ist voll von Teilen von K-K-K-K-K. Du weißt schon. Ich schaue für eine Kuss zur Tür. Danke. Also du hast an mir gesucht und jetzt muss ich dich retten. Und da kommt Blut aus der Barrel. Barrel? Blut? Nicht gut. Blackpack. Oh, mein Backpack. Hey. Whoa. Ruhig bleiben. Wah. 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 Kreativ, diese Leute. Sketch. 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 Ah, I get it. Ah, I get it. The drawer's locked. This one's open. It's a combination lock. Festened on the chest is a slip of paper. Ah. Ha. A-C-F-U-V. Okay. Das sagt mir noch nicht so viel. Aber ich kann jetzt über diese Stacheln nehme ich an, wenn ich den richtigen Weg gehe. Und ehe ich den falschen Weg nehme, schaue ich lieber nochmal nach. Ich bin jetzt da. Dann gehe ich einen hoch, dann gehe ich eins, zwei, drei zur Seite und dann runter. Danke schön. Something happened. That's some kind of creepy hexagons obtained. It's some kind of altar. There is a round opening. A book with a slip of paper on which various symbols are drawn. It's a sign. It's a sign. A half Mediana symbol. The drawer's locked. still locked die hexagons hätte ich gerne okay a b c d e f u z y x w v ahaha jetzt muss ich drüber nachdenken aber das kriegen wir hin das wird ein bisschen kopf akrobatik also das ist 1 ein bisschen mehr schüsse notwendig a ist 1 c ist 3 f a b c d e f ist 6 y ist 2 u ist 6 und w z y ah oh w s 4 thanks Medallion Obdained I am so great And brilliant I'm so beautiful And smart Okay Ich scheine die Stacheln abgeschaltet zu haben Sonst wäre ich jetzt tot I am so great There are four wheels Which can be Adjusted I have a strange feeling about this I better be careful Ouch Help me Help me Please Help me Oh Ich weiß was zu tun ist Aber ich konnte es nicht vorher tun Weil ich nicht wusste was kommt Aber jetzt Okay Das wird ein bisschen aufwendiger Äh Hallo Notes Ich muss ins Buch gucken scheinbar So was haben wir denn da Wir haben von den Giraffen Eins Zwei Drei Vier Fünf Wenn ich mich nicht täusche Von den Vierecken haben wir Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Fünf Fünf Giraffen Sechs Vier Ecke Berge haben wir Eins Zwei Drei Schlangen haben wir Eins Zwei Drei Wie viele Kröten haben wir Eins Zwei Drei Vier Kröten Tatzen Tatzen nur eine Pfeile Sind Zwei da Okay Ob ich mir das merken kann Wenn dann bin ich noch brillanter Als ich vorhin schon dachte Weil das ist echt ein bisschen Gedankenakrobatik Okay Giraffen waren fünf Berge Waren vier Pfeile waren nur zwei da Und davon gab es sechs Ich muss mich verschaut haben Wiedersehen Well Unangeblich Könnte ich mir vorstellen Gut Diesmal schauen wir konkret nach den Symbolen Die wir brauchen Also was haben wir Wir haben die Rechtecke Die sind eins Zwei Drei Vier 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 Sechs Das war richtig Giraffen Eins Zwei Drei Vier Fünf Okay Berge Eins Zwei Drei Ist korrekt Und Pfeile Sind Nummer Nur zwei Ich hab Bestimmt Mich schon wieder Vertan Was die Symbole Anging Giraffen Sind fünf Habt ihr auch gezählt Oder Berge Berge Warn Drei Zwei Das habe ich eben schon eingegeben Das war falsch Das hat funktioniert Ha 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 Red key obtained Der für was genau ist I don't have a clue Will you go into the room Look into the room first They kill someone They have that woman Killed Gut Why did they do that Naja so wie sie Außer vorhin War sie vermutlich Auch nicht mehr so ganz Lebensfähig Why Wenn das die selbe war Alan I found a key Thank you Without your help It's okay Let's get out of here And forget What happened here I can't remove the barbed wire They're alone Can you help me Yes I can I'm the hero of this story Not any guy I already filled your car with gas Hopefully Jake is still in the workshop What Jake knows of the car Yes why I don't trust him He might leave without us Alan But Jake doesn't have the car keys Alan already left A butcher knife And other knives Okay Ich bin hier Mit Idioten zusammen Warum ist dieses Monster frei? Das war's this one The door's locked Da war die arme Frau drinnen Ah hello Es ist unser Mini Hulk Oder wie mein Mitbewohner sagte Das Terminator Chicken Ouch Ach komm I have gasoline I have gasoline You don't like fire Don't you? Come over here Ha ha You want me? Come here Come here to get me Ha I killed the Terminator Chicken Hulk Alone With some barrels Idiot I can't believe you left her alone I There you are Are you okay? Yes I'm fine I'm sorry I left you I don't know what led me to do so Ich dachte du traust ihm nicht I understand Doing a thing like One will think of nothing else but running Well let's just forget about it now Yes If I ever can Nevertheless Try to forget It right now You can worry about it later That's right The most important thing Is to leave her alive He alive I mean You have Does the car really work? Yes Don't worry Let's leave before those people show up Where Are they anyways? I came across them while looking for Alan Luckily I wasn't caught They Probably Have guns Somewhere Let's leave Before they get those Na Komm schon Starte Shit Und was dort passiert Das werden wir in der nächsten Folge erleben Ich verabschiede mich von hier und sage Wenn es euch gefallen hat Dann favorisiert das Video Und wenn ihr mehr sehen wollt Dann abonniert mich gerne Und wenn ihr mir was sagen wollt Dann schreibt mir Kommentare Und ansonsten Bleibt mir noch zu sagen Ich liebe euch Alle Lasst uns aus dieser Stadt verschwinden Okay This is my wife Hi 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 Hi